Die Welt ist zunehmend mobil. Auch Ihre Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner wollen sich informieren oder Trainings durchlaufen, wann und wo sie gerade Zeit dafür finden. Stellen Sie sich vor, einmal am Desktop im Büro lernen, dann im Café zwischen zwei Terminen oder unterwegs in U-Bahn und Flugzeug noch die wichtigsten Wissenshäppchen wiederholen. E-Learning-Content einfach und rasch für beliebige Endgeräte erstellen. Genau das ermöglicht das Autorentool ADAPT. Sie erstellen Content, den Ihre Lerner auf jedem Endgerät nutzen können. Lesen, zusehen, hören, tippen, swipen, scrollen und vieles mehr ist innerhalb eines Kurses möglich. Die Zeiten, in denen native Applikationen für jedes Gerät notwendig waren, sind mit ADAPT vorbei. Nutzen Sie ADAPT Präsentationskomponenten, um Inhalte möglichst intuitiv aufzubereiten. Dafür verwenden Sie Textelemente, Grafiken und Medien wie Videos. E-Learning-Kurse beinhalten oft Quizzes oder Tests. Deswegen dürfen auch in ADAPT Fragekomponenten nicht fehlen. Das Autorentool bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, unterschiedliche Abfragen einzubauen. Lassen Sie Ihre Lerner Fragen mit Antworten matchen, Multiple-Choice-Fragen ausfüllen oder Texte ergänzen. Digitales Lernen hört aber nicht beim Content auf. ADAPT-Inhalte sind mit allen gängigen Learning Management Systems kompatibel und Lernerfolge sind somit trackbar. Die LearnChamp Ready-to-Use-Services für das ADAPT Autorentool vereinen die Installation und den Betrieb des Tools. LearnChamp kümmert sich um die fachgerechte Bereitstellung der Applikation sowie der laufenden Betreuung und dem technischen Support. All das gehostet unter europäischen Datenschutzrichtlinien. Sie möchten den Erkennungswert Ihrer E-Learning-Inhalte steigern? Entscheiden Sie sich doch für einen auf Ihr Corporate Design angepassten Look. Unsere Didaktik- und ADAPT-Experten unterstützen Sie bei der Konzeption und Umsetzung. Auch nach der initialen Bereitstellung des Autorentools sind Sie nicht auf sich allein gestellt. Unsere LearnChamp-Experten schulen Ihre Admins und Autoren eingehend und stehen Ihnen mit laufendem Support und Coaching mithilfe von Präsenz- und Online-Workshops zur Verfügung. Flexibel lernen mit ADAPT. Für mehr Informationen besuchen Sie uns im Web.